Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Bastian Fleischer vom Team Vögele TV. Kennen Sie bereits unsere Videoclips zur Nivelliertechnik im Straßenbau? Haben Sie sich schon mal gefragt, wie diese Sensoren genau funktionieren? Wir haben für Sie die perfekte Animation vorbereitet. Danach sind Sie der Profi für Nivelliertechnik, garantiert. In unserer Animation geht es darum, wie der Big Multiplex Ski denn nun eigentlich funktioniert. Seien Sie gespannt. Der Big Multiplex Ski erweitert die Vorteile des bewährten Ultraschall-Multisensors in die Länge. Alle Teile sind übersichtlich in der Transportbox für den sicheren Transport zur Baustelle verpackt. Der Big Multiplex Ski verfügt standardmäßig über drei Vögele Ultraschall-Multisensoren, die an einem Träger befestigt sind. Der Träger ist von 5 bis 13 Meter variabel in seiner Länge konfigurierbar. Die einzelnen Sensoren können auf dem Träger verschoben werden, sodass die Position optimal an alle Baustellenbedingungen angepasst werden kann. Der Big Multiplex Ski ist innerhalb von wenigen Minuten am Fertiger betriebsbereit montiert. Die drei Ultraschall-Multisensoren, die auch zur Einzelmessung ohne Big Multiplex Ski verwendet werden können, verfügen über praktische Einricht- und hilfreiche Bedienfunktionen für den Baustellenalltag. Der Sensor ist robust und kompakt gebaut, perfekt für harte Einsatzbedingungen auf der Baustelle. Die LED-Anzeigen ermöglichen das einfache Einrichten des Sensors und das komfortable Nivellieren im Arbeits- und Sichtfeld des Bohlenbedieners. Die Sensoren können bequem über Klemmverschlüsse am Halterungssystem des Big Multiplex Skis fixiert werden. Über die sicheren Y-Steckverbinder werden die Sensoren miteinander verbunden und an der Bohlenbedienkonsole angeschlossen. Der Big Multiplex Ski wird automatisch von der Niveltronic Plus erkannt und im Display angezeigt. Die integrierte Power-LED leuchtet das Arbeits- und Referenzfeld des Sensors großflächig aus. Die Ultraschall-Multisensoren senden über vier Sensoreinheiten akustische Signale aus, die reflektiert und wieder empfangen werden. Die vom Aussenden bis zum Empfangen vergangene Zeit gibt Aufschluss über den zurückgelegten Weg. Da die Schallgeschwindigkeit abhängig von der Umgebungstemperatur ist, wird ein Wert zur Temperaturkompensation ermittelt. So wird auch bei Temperaturschwankungen eine gleichbleibend präzise Höhenmessung gewährleistet. Die maximale Abweichung des Sensors beträgt nur ±2 mm. Aus den gemittelten Einzelmesswerten der drei Ultraschall-Multisensoren ermittelt die Vögele Nivelierautomatik Niveltronic Plus über den gesamten Messbereich ihrerseits einen Mittelwert und gleicht so auch langgestreckte Unebenheiten aus, die von einem einzelnen Sensor nicht als Fehler erkannt werden. Jetzt verstehen Sie sicher, wie der BIG-Multiplex-Ski langgezogene Unebenheiten erfasst und ausgleicht. Wie man ihn in kürzester Zeit anbaut, sehen Sie in unserem Praxisvideo. Wenn Ihnen dieser Beitrag gefallen hat, dann würden wir uns über ein Like freuen. Und natürlich werden in Kürze weitere Videos mit jeder Menge Hintergrundwissen folgen. Am besten, Sie abonnieren unseren Kanal, damit Sie keine weitere Folge verpassen.